Willkommen zurück hier bei Kaizo Mario. Wieder bis zur Stelle gespielt, alle sind einander. Oh nein! Nein, das ist jetzt der Extra-Safe, den ich gemacht habe. Ich hoffe, nein. Gut, dann gehen wir mal auf Slot 4. Geht doch gleich viel einfacher. Ich glaube, ich sollte hier, wenn ich auf der Plattform bin, mal speichern. Oh nein, nicht der saure Joghurt-Pudding, nicht der saure Joghurt-Pudding. Verdammt, doch der saure Joghurt-Pudding. Oh Gott, der saure Joghurt-Pudding ruft. Meine Güte ist das. Scheiße. Mein Gott, wie soll man das denn schaffen? Wie schnell muss man sein? So schnell wie eben. Okay! Hey! Theoretisch haue ich den Invisible-Kann-Block nicht so wirklich um. Huh. Okay, dann... Nur dieses Level zog ich vielleicht noch durch. Weil... Was? Weil ich das hinter mir haben will. Was? Was? Arsch. Nein! Wehe! Nein! Glück, Mann! Ich hab grad voll den Schreck gelegt, aus zu sehen, ich bin auf den Safe-Knopf gekommen. Mann, ey! Alter, ey! Alter, ey! Alter, ich dachte, ich musste alles nochmal machen. Alter, hab ich grad einen Schreck bekommen. Alter! Okay, weiter. Ähm... Nein! Komm! Komm, das... Gibt's doch wohl nischt! Wieso... Äh... Hab ich den da aktiviert, nur weil ich gegen mancher geprallt bin? Okay, das wird geil. Ich darf nicht vergessen, dass da noch ein zweiter Invisible-Kann-Block ist. Und ich darf nicht vergessen, richtig zu saven. Nämlich dann erst, wenn... Ich... Ich hier drauf bin. Auf diesem Ding. Und das war nichts. Na komm, das... Schaffen wir noch! Nicht laut uns saven! Ja, 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 ja! Verdammt! Na komm! Brauchen wir den hier oben nicht noch? Entscheide nicht. Oh, nee! Nicht diese Stelle! Komm! Nein. Oh no-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Komm! Eins, zwei, drei. Ja, ja, ja. Ja, Mann. Alter. Jetzt nur an dem scheiß Chuck hier vorbei. Nur an diesem scheiß Chuck. Nein. Scheiß Chuck. Geh weg. Nein. Scheiß Chuck, geh weg. Geh weg, Alter. Geh weg. Geh weg, Alter. Nein. Ich renne zu schnell danach. Kannst du auch mal springen? Ja. Nein. Komm. Chuck, komm. 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 Oh. Komm. Komm, Chuckie. Das... ...hackst du. Nein. Vergessen zu saveen zwischendurch sowieso noch. Ich habe zu doller Angst, mich zu ver- Service-Daten. Komm, eins. Verdammt. Ein... Äh. Quatsch. Hä? Eins. Zwei. Drei. Verfehlt. Eins, zwei, drei, vier. Oh, die können mich mal alle! Yay! Okay, ihr könnt mich mal wirklich mal. So. Nullton, saven. Saven, 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 saven! Wir beginnen mit dem, let's never! Ach, Gott. By the way, habe ich mir wieder meine alte Steuerung. Ich kannte die ersten vier Zeichen. Oder drei. Den Rest habe ich gar nicht angeguckt. Und... Ich gehe... Nachdem ich... Hier... Nein, Nullton bleibt für die Map. Überall nochmal gesaved habe. Gehe ich da rein. Save. Und... Wie musste man das nochmal machen? Wie musste man das nochmal machen? Ich bin zu doof. Äh, wenn da diese... Ist... Moment, das gucke ich mir jetzt mal an. Auch wenn der Ton gerade scheiße ist. Ähm. Da... Interessant. Ich glaube, ich weiß es wieder. Nein. Nein. Ich muss wirklich warten. Okay, so ein Spunkriechen. Nein, ey. Oh, Gott. Nein. Geschafft. Oh. Millimeter-Sprung wieder. Äh. 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 Komm, das war's doch schon fast. Jo, Mann. Save-Sprung wieder. Save-Sprung wieder. Äh. Ja, save mir den Sechsen auch, falls alles schliefläuft. Äh. Äh. Nicht diese Stelle. Alter, wie soll ich da hochkommen? Äh. Ich wette, ich schaffe es nicht einmal, ihn zu treffen. Okay, theoretisch treffe ich ihn, wenn er mich trifft, aber... Wie soll das denn gehen, oder? Wie soll das denn gehen, oder? Äh. 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 Ich habe jetzt nochmal getroffen. Nein. Ich habe jetzt noch mal draufzudrücken. Mann, das war ich nicht aus. Oh, ne, du Scheiß-Manscher. Oh. Ja, ja, same. Same, same. Wie schön, dass es hier so extra Slots gibt. Und rennen. Äh. Hä? Hä? Äh. Genau. Äh, springen, du. Springen. Gut. Saving, save, save. Äh, hat doch geklappt. Komm, das ist das Packenbeuer. So, Delfine, sehen wir nochmal überall. Das ist doch nicht schwer. So, geschafft. Äh, nö. Äh, nö. Alter, halt. Meine Fails hier. Die überall. So. Ich gehe auf Nummer sicher. Äh, Leute, das seht ihr. Ich gehe auf Nummer sicher. So. Yo. Yo. Oh. Äh, nein. 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 Jetzt muss ich noch eine Runde warten. Mein Gott. Save-Knock, du bist. Das war echt zu berühren. Das war zu früh. Nein, das war immer noch zu früh. Hey. Nein. So. Nein. Nein. So. Nein. So. Nein. Nein. Ja. Geht doch. So schwer ist das doch nicht. Ach, hatte Idris nicht mal erwähnt, dass er nachstelle? Kann ich nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen? Kann ich nachvoll... Ey, da ist ja noch einer. Ey, nö. Ich hätte speichern können. Ist ja mal sowas von... Einfach. Oh, Moment. Moment, da muss ich zwischendurch. Da muss ich... Da muss ich zwischendurch. Damit er springt, wenn ich die Bälle ausweichen kann. Und dann... Kann ich da durch? Nein! Oder... Ich warte einfach da. Nein! Nein! Hey, oben knapp. Funktioniert. Ich warte einfach noch. Komm, wir auf, wir auf. Oh, ich wollte es sagen. Geht doch. Meine Fresse, Leute. So. Wieder Kettensägen. Etwas, was ich nicht so gut kann. Etwas, was ich nicht so gut kann. Ihr merkt. Ihr merkt. Ich kann's... Ey! Nicht gut, wollte ich sagen. Nicht, ich kann's. Ich kann's nicht gut, heißt es. Oh Gott. Nein! Komm, funktionier, Springknopf. Wenn ich springen drücke, dann sollst du bitte auch wieder springen. Oh. Oh. Noch mehr, oh. Oh, oh. 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 Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich hab dir nicht gesagt, du sollst noch weiter nach vorne gehen. Oh Gott, nicht noch mal, dann würde es funktionieren. Wenn ich dann doch nach... Komm, das mache ich jetzt so. Komm, das muss funktionieren. Okay, dann warten wir lieber noch mal. Nein. Oh, nee. Diese Stelle ist so. Oh. Genau. Geh runter ohne etwas. Okay, das ist schon mal... Nee, nicht so gute Idee. Deutet einmal auf, komm, mindestens. Nein! Ich will nicht riskieren, da zu saven. Aber das mache ich mal, weil ich extra Safestates habe. Äh, extra Safestate. Ein extra Safestate. Und jetzt auf die Säge! Hoppa! Warum habe ich das jetzt geschafft? Saven, saven, saven! Durchgehen! Und saven! Was schon, Bowser? Alter, nö, ich kann den noch nicht! Er ist unsichtbar! Ich kann den noch nicht mal so! Meine Güte! Verdammt! Okay, komm. 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 Ich weiß so, was man machen muss, aber... Aber... Ansonsten weiß ich nicht schon, wie das man machen muss. Oder ehrlich gesagt, wie er sich bewegt. Okay. Ich sehe das noch mal. Ich sehe das noch mal hier. Und spiele noch fünf weiter. Hallo? Ah. Au. Ha! Ha! Ich habe ihn getroffen! Ne, jetzt ehrlich? Nein. Oh, saven, ich weiß. Jetzt kommen die Flammen. Du Typ, da lebst der. Ach, ne, Bowser ist ja dann, glaube ich, nicht da! Echt? Komm, mach mal die Flammen. Das ist es wert! Warum kann man ihn eigentlich dann nicht treffen, wenn er das macht? Na? Nein, komm, Pils, ne. Ich brauche es ja. Genau. Äh, nochmal? Hab ich nicht vorhin danach noch gesaved? Nö. Bis jetzt. Nimm den Pils! Komm, hat getroffen. Finde ich schön. Finde ich super. Mein erster Bowser, unsichtbar. Kaiser Mario und so. Wollte er denn jetzt? Jetzt kommt das. Jetzt kommt das! Cool. Überwunden. Es ist saved. Mein Gott, ich rede gerade nicht sehr viel, weil... Ich mich konzentriere. Ja, ich konzentriere mich gerade. Okay, komm. Nicht springen! Komm. Wo ist hier? Danke. Muss man hier nur dreimal treffen. Okay. Ein bisschen warten. Dann das. Fatschrichtung. Genau da wollte ich gerade hinwerfen! Tss. Okay. Nicht. Hey, was? Das hat getroffen. Jetzt macht er doch dieses... Okay, jetzt kommen erst mal die Flamme, ne? Yo. Kann man ihn da nicht eigentlich treffen? Tschüss. Ah, Gott. Ja, hell. Ich hab noch meinen Flamme. Stimmt. Jetzt, jetzt macht er das. Äh, genau. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch! Immer noch! Interessant. Komm. Komm. Ja! Getroffen! Ist immer noch nicht tot! Verdammt. Jetzt hab ich keinen Pilz mehr. Oh, Gott. Ich sollte... Ja, Mann. Ja, Mann! Hab ich's geschafft? Ey, krass, krass! Ich hab ihn besiegt. Den ersten Browser. Unsichtbar! Okay. Ja! Mario's Adventure is over! Mario! The Princess Yoshi and his friends are going to take a vacation. And... Yo, also... Weyerberg! Yeeho! Und tut mir leid, dass... Ich weiß nicht, wie die Grafik dann aussehen wird. Äh, Grafik. Qualität. So. Aber... Nein! Kaiser Mario... Herr Racer, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Und nein, Herr Racer, ich fang nicht mit Kaiser Mario 2 an. Herr Racer, doch! Ich fang mit Kaiser Mario 2 an. Wenn... Du endlich Cooler Crew anfängst. Oder ehrlich gesagt, zu Ende hast. Das ist meine Bedingung. Also musst du mich... Mich nicht irgendwann anspringen. Hey, machst du jetzt Kaiser Mario 2? Dann weißt du jetzt... Ich mach es, wenn du Cooler Crew zu Ende hast. Okay. Sind wir uns einig? Ich hoffe schon. By the way, hatten wir das nicht schon besprochen? Ich weiß es nicht. Jetzt hier nochmal in Credits. Ich glaub... Das muss man nicht nochmal so mäßig sehen. Das sieht man überall und so. The End, Leute! Damit ist mein Abo-Special-Projekt Kaiser Mario beendet. Ich bin nicht wirklich gut ausgerastet. Nur Edris, als er hier war... Ich frag mich, warum ich nicht ausgerastet bin. Ich meine, ich fand Super Castlevania 4 echt schlimmer. Ja, das hier hat mir noch... Sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht, als... Castlevania 4... Äh, Super Castlevania 4. Aber naja, damit ist es beendet, dieses Spiel. Und man kann nix drücken. Also würde ich sagen... Ja, wir sehen uns dann in anderen Let's Plays von mir. Oder vielleicht dann in Kaiser Mario 2. Wenn ihr von mir Kaiser Mario 2 sehen wollt, egal wer mich anspricht, muss mit Hellracer reden, der dann Cooler Cruiser Ende spielen muss. Auf Wiedersehen.